Der US-Armee-Knopf aus dem Zweiten Weltkrieg, der einen Adler, die Sonne und Blätter zeigt, war Teil der Uniform der US-Armee während dieser Zeit. Der Adler symbolisiert Stärke, Mut und Freiheit und ist ein häufig verwendetes Symbol in den Streitkräften der Vereinigten Staaten. Die Sonne könnte für Hoffnung und einen neuen Tag stehen, während die Blätter möglicherweise für Wachstum und Vitalität stehen. Insgesamt repräsentiert dieses Design die Werte und Ideale, für die die US-Armee während des Zweiten Weltkriegs kämpfte. Vitalität stehen insgesamt mit. Repräsentiert dieses Design die Werte und Ideale für die US-Armee während des Zweiten Weltkriegs.